Hohoho, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Es ist Halloween-Zeit. Der Battle-Bus ist... Man, der Battle-Bus ist auch schon angepasst. So kann's gehen. Und ihr seid hier auf meinem Kanal. Glückwunsch, wenn es will. Beim Busfahrer bedanken habe ich. Aber irgendwie stimmt irgendwas optisch nicht. Da springt keiner aus dem Bus raus. Ah, doch. Es leckt schon wieder. Ah, okay, okay, okay. Nicht so fies wie bei Rogue Company, aber es leckt schon wieder. Okay, es gibt eine neue, eine veränderte Zone. Das ist doch da, wo... Hä? Ich würde sagen, wir suchen uns erstmal einen Landepunkt. Super, ihr seht, mein Skin ist noch nicht geladen. Ah, jetzt. Ich bin Elmira. Ich habe diese Drift Elmira genommen. Ich weiß nicht, die mit den Lila. Das passt auch gut zu Halloween. Das sieht gruselig aus. Okay, ich wollte gar nicht hier hinten hin, weil ich müsste eigentlich mal looten. Sehr schön. Hä? Es gibt wieder die Bunkereingänge? Fortnite, was baust du wieder? Wie oft gehst du in die Vergangenheit hin? Okay, mal gucken, ob ich... Ah, das war die schlechte Panzerplatten. Sehr schön. Noch nie ausprobiert, aber angeblich halten die alles aus. Oh mein Gott, das ist ein schlechter, schlechter Start. Okay, kann nur gut werden. Wo war der Bunker? Hier war doch ein Bunkereingang, ja. Kann ich da auch rein? Oh mein Gott, das Ding gibt es auch wieder. Mal gucken, ob ich damit den Bunker öffnen kann. Äh, nein. Also, werde irgendwann wieder ein Bunker eine schwere Rolle nehmen. Eine tragende Rolle einnehmen. Oh, aber ey, was liegen denn hier teilweise so gute Wacken rum? Ich dachte schon, was ist das für ein schlechter Spawnpoint? Aber, no way. Äh, Landepunkt, nicht Spawn. Aber sieht gut aus. Okay, die kann ich austauschen, nehmen wir auch mit. Ähm, wartet mal, also die raus. So. Ähm, die kommt noch da, die kommt noch da. Sind noch schlechte Farben, aber warum nicht? Ja, man kann auch mit schlechten Farben gewinnen, ne? Das geht. So, ah, das Auto ist nicht mehr aktiv. Schade. Okay, ich würde jetzt sagen, ab zur Zone, ne? Ja, wir müssen in die Zone. Kein Problem, kein Problem. Ehrlich nicht? Ja, ja, kein Problem. Sicher? Nein. Doch, ja, klar. Ich bin doch, Brogamer. Sluffy, Sluffy, Sluffy. Sluffy, Sluffy, Sluffy. Und habe ich schöne Exs ausgesucht, die passen zum Outfit, ne? Ja, was ich alles in meinem Inventar habe. Boah, volle 100, volle 100. Ich habe gedacht, die fassen. Ich habe auch gedacht, farblich, was passt dazu? Habe ich diese Waffentarnfarbe genommen? Die ist ein bisschen zu knallig, aber ja. In den goldenen Kevin ist eine Stadt erstanden. Deswegen haben sie sich da gesammelt. Habe ich die letzte Video gesagt, machen die Kinder? Die haben sich da gesammelt. Oh mein Gott, ich muss oft das spielen. Okay, hier gibt es zwar richtig geile Waffen, aber sehr gefährlich. Super, ich habe so viel Money, ich kann mich mit jedem anlegen. Ich höre sogar schon Auto. Ich will mal die Zone freischalten. Hier ist auf jeden Fall irgendjemand gewesen. Können wir hier irgendwas Besonderes machen? Es sieht cool aus, auf jeden Fall. Der Conventions, neuer Ort entdeckt. Oh, hier kann man schön looten. Ja, oh yes. Money, money, money. Also das Gewehr habe ich lieber als das andere. Achso, ja, brauche ich nicht. Ich habe noch ein besseres Sturmgewehr. Kann man da jumpen? Äh, es sieht saugeil aus. Ich muss doch beachten, ob jemand kommt. So, mich um den G-Bomb muss ich im Ohr behalten. Nicht im Auge, im Ohr. Ah, da ist doch jemand. Ich treffe nicht. Ja, sorry, Bro. Ich habe den längeren Atem. Wo komme ich da hin? Er hat fast meine ganze Money verblasen. Okay. Was ist das? Ja, es ist ein Jump-Feld. Ich habe es mir gedacht. Okay, was sagst du Schönes? Ein Hexenbesen. Ah, dann kann man wieder fliegen. Nice, den gab es doch schon mal. Okay, ne, brauche ich nicht. Ah, da muss ich aber einen Slot für freimann. Das möchte ich nicht. Äh, hallo? Hallo? Äh, kann man nicht auf jeden jumpen? Okay, einen Kill haben wir. Ich bin noch ein bisschen geflasht von der Umgebung. Natürlich, Hexenbesen gibt es hier überall. Ne, das ist ein Angel. Äh, wir gehen mal hier runter. Fallschaden. What the hell? Ich will doch gar nicht hin. Ich brauche Energie, merke ich gerade. Ah, yes. Wenn man vom Teufel spricht, da ist doch die Energy. Und zack. Okay, ist keine richtige Energie, aber egal. Den nehmen wir natürlich mal. Ja, es läuft, es läuft. Ah, ich habe doch einen... Ich Idiot. Es kommt jemand, es kommt jemand. Kein Problem. Alter Falter. Alter Falter. Okay, okay. Ich muss Medikit nehmen. Oh mein Gott. Okay, okay. Kein Problem. Verursachen Schaden. Keine Ahnung. Nein, nein, nein. Es reicht nicht. Um einen Hörer aufzubauen. Ja, was war das denn? Erstmal hat der Schwenen gebaut. Ja, toll. Der Kürbiswerfer. Und dann hat es kurz geleckt, immer bevor ich sterbe. Den Charakter habe ich auch. Okay, wir sehen uns gleich in Runde 2 wieder. Okay, Runde Nummer 2. Wir sind in der Anflug auf. Ja, ich habe es vergessen. Hier, komm. Oh Mann, wie heißt das nochmal? Ja, genau. Riedel Row. Ich habe nur das RT gesehen. Ja, ich war auch früher öfters. Ja, ich möchte den Fall schon nicht mehr. Scheiße. Soll ich noch jemanden? Ja, ich habe mein Outfit doch schön gewählt, ne? Passt alles stimmig zusammen, oder? Und eigentlich sieht es ja auch Halloween-mäßig genug aus. Die Elmira. Ja, sag bloß nicht nein. Äh, okay. Hier ist ja gar nichts, verdammt. Was soll denn das? Bin ich denn jetzt gelandet? Hey, wo ist mein Gold hin? Okay, wird schon gefeitet. Sehr schön. Ich habe nur eine graue Pistole. Wer bin ich denn zur Hölle gelandet? Oh, sehr schön. Könnte ich denn hier nicht mal rum? Wenn ich so nicht zum ersten Mal hier hochjumpe. Okay, das muss ich sagen, ist schon mal sehr gut. Das gefällt mir gerade sehr gut. Ähm, ich habe ein paar gute Waffen. Die Pistole jetzt nicht, aber der Rest. Okay, sehr guter Start. Ich brauche noch mehr Muni. Ja, ich bin jetzt gerade so hoch. Boah, ey. Okay, noch mehr Muni. Was ist das? Ah, Farbe. Wo sind die anderen? Ja, wir haben eine Farbe gefunden. Sehr schön. Helles Violett freigeschaltet. Ja. Ah, hier ist die Bar auf der anderen Seite. Ja, sorry, dass Rund Nummer 2 sehr, sehr langweilig wird. Aber, oh, yes. Naja, wir sind voll ausgestattet gleich. Nein. Okay. Ja, meine 3 Lieblingswaffen habe ich. Ja, sorry. Also, wir gehen jetzt mal ab in die Zone, ohne zu sterben. Ich glaube, der hat sich eigentlich einen Fight mit hier unten noch rein. Nein, hat der nicht. Okay, das war doch ein sogenannter Bot, oder? Oh ja, Muni, danke. Ich glaube, der hat sich mit ihm gefeilt. Das hat mir so angehört, oder nicht? Sollen wir mit der Kill Nummer 1? Also, entweder hat er einfach nur Spaß, alles mögliche angegriffen, zerlegt, was auch immer. Was ist das? Okay, das Ding gibt Blut. Ich dachte, ey, das leuchtet so schön, da ballern wir mal drauf. Okay, das gibt einfach nur Loot. Eine lila, ne? Okay, ja. Eine Brezel. Ist das unbedingt Halloween? Bin ich jetzt nicht. Nein, nein, du kannst mir nicht helfen. Okay, ich bin in der Zone. Ja, ich hätte gerne nochmal einen Kontakt. Das war, glaube ich, ein Bot. Das war viel zu einfach. Boah, man hat nämlich in der ersten Runde gesehen, was passiert, wenn ich auf Menschen trete, wenn ich sterbe. Ja, es ist schön, Halloween, ne? Also, da kann man wieder immer nur den Spiele herstellen und sagen, danke, dass ihr da seid. Dass ihr uns zu Weihnachten, zu Ostern, zu Halloween immer wieder wunderschöne Karten gebt, immer wieder wunderschön alles gestaltet, damit wir Freude-Freude-Gefühle beim Zocken haben. Also, das war nicht ernst, das war kein Scherz. Okay, wir looten noch ein bisschen. Ja, ich werde ein bisschen was cutten, denke ich, vielleicht. Denk ich mir schon, ne? Warzone ist umgecuttet. Das hat so zwölf Minuten. Und das hier wird jetzt leider ein bisschen länger, also werde ich ein bisschen cutten. Hm, das wäre eigentlich auch noch gut mitzunehmen. Ich glaube, ich denke mal effektiver als die Tränke, denke ich. Aber ich denke es nur, das ist das Problem. Muss ich immer mitnehmen? Schrauben haben wir auch. Ja, ich hätte keinen Gegner, verdammt. Nur auf wem zur Hölle hat denn der eine geschossen? Was ist da? Akimbo-Abendrüstel? No. No. Ah, was ist das denn da oben? Also, ich wollte ja erst mal sagen, das ist die Sonne, aber irgendwie. Nur Raptoren, alles cool. Nein, nein, nein. Oh Mann, wo soll ich denn die Hähnchenkeule aufheben? Sorry, die Raptorenkeule. Nein, ey, das zählt nicht. Das ist unfair. Das ist unfair. Wenn der mich jetzt killt, ist das... Nein, das ist unfair. Ey, du Arsch. Okay, danke fürs Zusehen. Ich wünsche dir einen schönen Tag, einen guten Morgen. Und einen noch besseren Abend. Das war unfair. Er hat mich angefahren, hat mir einen Schaden gemacht. Er freut sich, weil er scheiße ist. Danke, ich bin hier mit raus. Peace. 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 Untertitelung des ZDF, 2020